Feuer frei! Drei, zwei, eins, brenn! Unser Master of Hellfire, meine Damen und Herren. Hier bahnt er sich seinen Weg über das Gelände. Er muss natürlich auf den Wind achten. Die Beine fangen leicht Feuer, DJ. Geh nochmal. Rolf, geh etwas her zum DJ. Die Beine und dann hier nochmal eine Runde drehen. An mir vorbei, Rolf. Hier rechts hoch, rechts hoch. Und ich würde sagen, das war doch noch nicht heiß genug. Hier kriegst du noch einen der R. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, er brennt wie am Stück. Nicht, dass wir hier heute eine lebende Brat- oder Currywurst bekommen. Hier kommt er zu Schauplatzmitte. Gut, Rolf, langsam wieder zu Schauplatzmitte. Mantel abhängen. Und ich würde sagen, einen kräftigen Applaus für unseren Extreme Master of Hellfire, Rolf Eckenwald.